Akadari besteht aus Yannick und Sven und zwei anderen Beppus auf dem hauptkanal gibt es zweimal die woche technische probleme jetzt lass mich und einfach absolute fails wo liegt die stadt und krasse turniere planen wir auch begrüßen euch auf jeden fall aber schon mal zum ersten wunderschönen großen valerian league turnier one on one erste runde geht schon mal gut los ich sterbe hier nicht kann irgendwas macht irgendwie die letzte hoffnung bereich sogar einfach mal ein die hand und los geht's auf twitch.tv akadari könnt ihr mit uns live schnacken geiles gameplay sehen und zwischendurch den ein oder anderen cast sehen und wenn okay bei einem stream verpasst kann sie problemlos auf unserem let's play und gameplay channel nachholen und sogar das eine oder andere let's play mitnehmen wenn man eine pause vom gaming braucht der ist gut aufgehoben auf unserem akadari soo tv-channel dort gibt es reacts talks und zwischendurch auch den ein oder anderen podcast und all das ist akadari und radier ist halt auch ein großerbereich ABA!